Wofür brauchen wir Akustik? Wir stellen Produkte her, um das Echo im Raum zu reduzieren. Und wo früher Metalldecken gehängt sind, da sind heute einfach viel flexibere Lösungen gefragt. Und da ist halt einfach das Material mit dem Pad, das wir so komplett individuell bearbeiten können, das ist halt wirklich am Puls der Zeit. Das Material unterscheidet sich wirklich in einer Konsistenz. Also das ist sehr steif und gleichbleibend, das laminiert nicht an der Oberfläche, behält hier den textilen Charakter und innen drin ist es immer noch hart und nicht weich. Der ganze Produktionsprozess ist auf Digitalisierung aufgebaut. Der digitale Prozess ohne den digitalen Cutter funktioniert nicht. Und es geht eigentlich wirklich nur mit der Zündmaschine. Die Gründe, wieso wir auf Zünd setzen in der Schweiz wie auch in den Philippinen, sind absolut die gleichen. Wir haben internationale Kundschaft, die bestellen zum Teil in der Schweiz und in den Philippinen. Da muss natürlich die Konsistenz gewährleistet werden. Wir haben denselben Standard aufgebaut mit denselben Maschinen und auch mit denselben Vorgängen und Prozessen. Weil wir unterscheiden da eigentlich nicht zwischen Philippinen oder Schweiz. Also wir können aus der Schweiz aus auch tatsächlich die Maschinen überwachen, ob alles funktioniert, ob auch die Produktivität passt und was auch tatsächlich verschnitten wird. Dadurch, dass wir beim Material keine hundertprozentige Präzision erreichen können, müssen die Maschinen umso präziser sein, sonst können wir die Qualität nicht erreichen, die wir haben wollen. Man sieht nicht, wo die Maschine begonnen hat und wo sie aufgehört hat. Das erscheint eigentlich ganz logisch. Das ist ja ein CAD-Programm, eine geschlossene Form. In der Realität, bei allen anderen Maschinen, wo wir die Tests gemacht haben, man hat dann immer den Anschnitt gesehen oder wo die Maschine aufgehört hat. Und das konnte nicht optimal korrigiert werden. Mit SunConnect haben wir eigentlich schon ein optimales Maschinen-Dashboard und Analyse-Tool für die Maschinen, um auch tatsächlich eventuell Probleme und die Ursachen herauszufinden. Die Zuverlässigkeit der Maschinen ist für uns extrem relevant. Wir sind speziell hier in der Schweiz, haben einen relativ kleinen Standort. Wir haben jetzt dann bald drei Maschinen, 24 Stunden, 5 Tage die Woche im Einsatz. Und wir brauchen wirklich den Output. Also wenn bei uns eine Maschine für einen halben Tag stillsteht, haben wir wirklich ein Problem. Die Zündcutter arbeiten sehr zuverlässig. Damit sind wir auch sehr zufrieden und das erwarten wir auch genauso von Zünd. Der Service ist im Zünd definitiv vorbildlich. Wenn wir Ersatzteile brauchen, sind die regelmässig oder sind sie sofort vor Ort. Und Servicetechniker ist normalerweise auch innerhalb von Stunden da. Und das ist genau, warum wir auf Zünd setzen.